Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und weil ich immer wieder von Teilnehmerinnen von Yogis, von Yoginis höre, gerade die, die vielleicht auch viel am Computer sitzen, dass die Handgelenke so unangenehm angespannt sind, habe ich so gegen Ende der Stunde ein paar Übungen. Die kommen überwiegend aus dem Faszien-Yoga und die werden sowohl die Handgelenke, aber auch Faszien in den Händen selbst, in den Unterarmen und das bearbeitet letztendlich den Bereich bis zu den Schultern. Also da habe ich ein paar Übungen dabei, wir werden die im Sitzen hier auf der Matte machen, aber ich sage das dann auch nochmal dazu, bei den einen ist ja klar, wenn wir so sitzen und zum Beispiel diese dynamische Power Mudra Übung machen, die kannst du natürlich auch einfach auf dem Stuhl sitzend machen, aber auch die anderen, wir werden heute, das nennt sich Holzsägeübung, da hast du den Unterarm, drückst ein bisschen ins Fasziennetz hinein und gibst so eine Art Bewegung, wie man sie vom Holzsägen kennt, das verschiebt sozusagen die oft verklebten Faszien-Schichten wieder so gegeneinander und die lösen sich dann. Das ist auch so gedacht, dass wenn jemand damit ein Thema hat, dass du das tatsächlich jeden Tag ein bisschen einbeziehen kannst. Du sitzt am Schreibtisch, du sitzt lange vielleicht am Computer und nimmst dir mal fünf Minuten Zeit und machst eine oder zwei dieser Übungen. Also so ist das auch gedacht, die sind auch nicht so schwer, dass man sie sich nicht merken könnte, außerdem sind sie aufgezeichnet, das heißt, du kannst dann, wir machen es gegen Ende der Stunde, könntest du dir das Video holen und auch einfach nochmal gucken, ah, wie war denn das gleich wieder, was waren denn das für Übungen? Genau, weil ich da immer wieder angesprochen werde, dachte ich, das passt auch gut heute, weil wir ja auch Gelenksmobilisierungen machen, dass ich das mit einbeziehe. Wenn wir nachher in der Rückenlage sind und eine Übung machen, auch für die Hüften, da sind übrigens zwei oder drei auch dabei, dann ist die ganz simpel, aber manchmal, wenn man liegt und nicht sieht, was ich meine, weiß man nicht genau, wohin soll jetzt genau das Knie und wie soll das überhaupt sein mit dem Bein. Nein, da sind erstmal beide Füße aufgestellt, dann ziehst du das Knie ran, wenn wir auf der rechten Seite beginnen und dann kommt natürlich auch noch die andere Seite und dann lässt du einfach das Bein zur Seite sinken, das Knie zur Seite sinken, brauchst keinen Druck geben, so wie deine natürliche Hüftöffnung ist und dann streckst du einfach das Bein, lässt es quasi so ungefähr 10, 15 Zentimeter über dem Boden schweben, führst es zurück zur Mitte und ziehst es wieder ran, genau. Ich zeige es nochmal auf der anderen Seite, seht ihr es vielleicht von vorne oder aus der Kamera auch besser. Also einfach das Bein sinken lassen nach außen, dann in deiner natürlichen Hüftrotation das Bein zur Streckung bringen, zurückführen in die Mitte und wieder ranführen. Das ist eine ganz simpler und doch sehr effektive Hüftmobilisierung. Es ist gar kein Hüftöffner, sondern eine Hüftmobilisierung. Die Hüftöffner, die arbeiten eher mit den Widerständen im Beckenraum und diese Mobilisierungen sind eher so, dass man einfach wieder mehr Beweglichkeit ins Gelenk bringt. Okay, jetzt gucke ich nochmal ganz kurz. Ja genau, das Band bräuchtest du also schon in der Nähe, das kannst du dir rechts neben die Matte legen, das brauchen wir. Und euer Polster habt ihr einfach so, wir werden zwar dann nochmal am Ende unserer Rückensequenz einmal kurz in eines seitlich uns an der Matte platzieren und dann kurz zum Nachspülen nochmal in die Rückenlage gehen. Wie gesagt, es gibt gar nicht so viel heute in anderen Positionen, ein bisschen was im Stehen, aber ganz viel Beruhigendes, Kühlendes. Die Ayurveda und Yoga hat ja die gleichen Wurzeln, ist auch ungefähr zur gleichen Zeit entstanden und ergänzt sich wunderbar mit dem Wissen. Und das Wissen aus dem Ayurveda sagt, wir sind jetzt in der Pitta-Zeit, also Sommer, Hitze, was auch schön ist, viele von uns mögen das ja auch. Aber manchmal ist es einfach ein bisschen zu heiß auch. Pitta bedeutet auch, wenn du innerlich, also es muss gar nicht unbedingt Sommer sein, aber wenn du vielleicht durch Themen in deinem Beruf, in deinem privaten Leben innerlich erhitzt bist und zwar zu sehr emotional überhitzt bist, auch das ist das Element Pitta, das ist Feuer und da gibt es im Yoga viele Übungen, die eher kühlend wirken. Also alles, was du in der Rückenlage machst oder vieles, alles was mit Vorbeugen zu tun hat, eben eher so Standhaltungen, die eher das Feuer nochmal schüren oder Drehungen eher ein bisschen vermeiden, liegende Drehungen gehen, die sind ja nicht so erhitzend. Ich habe Schitali oder Sitali wird es auch oft genannt, eine kühlende Atmung mit eingebaut. Also da gibt es ganz viel, was dieses, ein bisschen diesem zu viel Pitta entgegenwirkt. Und das kann man sich vielleicht auch merken, wenn mal zwar nicht Sommer ist, aber man merkt, da ist irgendwas, was zu viel in mir erhitzt ist, ist das auch eine schöne Yoga-Praxis dafür. Gut, okay, du darfst in der Rückenlage starten. Also komm an den Anfang deiner Matte, heb den Herzraum an, zieh die Arme mal nach vorne und dann lässt du dich ganz langsam Wirbel für Wirbel in die Rückenlage kommen. Stell dir vor, jeder deiner Wirbel aus der Wirbelsäule ist so eine kostbare Perle und die lässt du wie so ein Samtkissen gleiten. Vielleicht möchtest du dich unterstützen, wenn die Hände bei den Knien sind, schiebst du gern die Knie in die Hände hinein, das Kinn Richtung Brustbein etwas ziehen, alles, was den Chor etwas aktiviert, uns dir erleichtert, langsam geschmeidig in die Rückenlage zu kommen. Und hier, wenn du angekommen bist, lass dich gern ein bisschen kreisen, schaukeln, wippen. Das ist ja immer dieser Shift auch im Yoga, wo du etwas vom Alltagsdenken und Alltagsgefühl jetzt wirklich in diese Yoga-Praxis hinein gleitest und auch dir ganz bewusst diesen Raum nimmst für dich, für deinen Körper, die Zeit nimmst, da zu sein. Und dann stell die Füße auf und entscheide für dich, für ein Ankommen, bei dem wir die drei Atemräume erforschen, ob du lieber die Füße aufstellst, ungefähr mattenweit, also ein bisschen weiter als hüftweit und die Knie zueinander sinken lässt oder ganz klassisch, wie du es auch aus dem Shafasana kennst, lieber die Beine ausgleiten lässt. Also das, was dich gut und angenehm atmen lässt und was dich auch gut und entspannt liegen lässt. Spürst mal für ein paar Momente die Rückseite deines Körpers, alles, was am Boden aufliegt. Auch einfach, wie sich dein Körper heute Morgen anfühlt. Vielleicht bringst du auch mit etwas in die Yoga-Praxis, vielleicht auf einer körperlichen Ebene, dass sich gerade Zonenbereiche deines Körpers melden und mehr gesehen gehört werden möchten. Schenk diesen Bereichen deine ganz besonders freundliche, liebevolle Aufmerksamkeit. Und vielleicht bist du auch schon ganz wach, gestartet in den Tag, manchmal bringt man auch noch so ein bisschen Restmüdigkeit mit. Alles erstmal so wahrnehmen, wie es jetzt ist, so eine kleine Bestandsaufnahme. Und möglichst ohne zu bewerten, zu kommentieren, sondern eher so in dieses Spüren zu gehen. Und dabei ganz konkret die Auflagebereiche, Auflagepunkte deines Körpers wahrnehmen, die jetzt am Boden sind und die sich vom Boden abheben. Vielleicht fühlen sich auch die Körperseiten unterschiedlich an, das kann auch manchmal der Fall sein. Hab die Gesichtsmuskeln weich, entspannt, auch den Kiefer, die Augen dürfen etwas entspannter in die Augenhöhlen sinken. Und dann bitte ich dich mal die Hände auf die Bauchdecke zu legen, um mal ohne etwas zu verändern, einfach zu spüren, wie jetzt der Atem ein- und ausströmt. Und du musst noch gar nichts verändern, so wie jetzt dein natürlicher Atem fließt. Es ist eher dieses Zeugen-Zeuginnenbewusstsein, diese innere Beobachterin, der innere Beobachter, der wahrnimmt, wie der Atem ein- und ausströmt, welche Körperräume dein Atem gerade erreicht. Und auch hier ist alles einfach so, wie es gerade ist. Und dann allmählich darfst du den Atem etwas bewusster, tiefer fließen lassen, im Einatmen nach unten in den Bauchraum, dabei wölbt sich die Bauchdecke sanft und weich nach oben. Und beim Ausatmen zieht jetzt aktiver die Bauchdecke nach innen, Richtung Wirbelsäule, Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Ganz bewusst unseren ersten Atemraum spüren, im Bauchbeckenraum, da strömt der Einatmen hin, die Bauchdecke wölbt sich sanft und weich nach oben. Und beim Ausatmen zieht die Bauchdecke aktiver jetzt nach innen, sodass du möglichst viel Luft entweichen lässt. Unser erster Atemraum, den du jetzt bewusst wahrnimmst. Und das behältst du bei, auch wenn du die Hände löst, seitlich an die Rippenbögen legst, sodass die Daumen nach oben Richtung Achselhöhle zeigen. Dann kannst du dir diese seitlichen Rippenbögen gut spüren. Und wenn du jetzt wieder einatmest, fließt der Atem nach unten Bauchbeckenraum, dann erreicht er den zweiten Luftraum oder den zweiten Körperraum, nämlich den Brustraum und die Rippenbögen weiten zur Seite. Und beim Ausatmen zieht wieder erst die Bauchdecke nach innen, dann schmelzt der Lungenraum nach innen. Und du kannst so ganz klein wenig die Hände gegen die Rippenbögen nach innen schieben, wirklich nur ganz sanft, um zu spüren, ah, dann wird auch hier die Luft ausströmen. Und das wiederholst du, ganz bewusst jetzt zwei Atemräume wahrnehmen. Der Atem strömt einatmend in den Bauchbeckenraum, die Bauchdecke wölbt sich weich nach vorne, dann werden die Lungenräume gefüllt, die Rippenbögen weiten zur Seite. Und beim Ausatmen zieht die Bauchdecke nach innen, dann schmilzt wieder der Brustkorb eher nach innen und du kannst ein bisschen das unterstützen mit den Händen an den Rippenbögen seitlich. Und auch diese Bewusstheit für diesen ersten und zweiten Atemraum beibehaltend, legst du jetzt die Fingerkuppen oben rechts und links an die Schlüsselbeine. Das sind so diese Knochen, die da oben entlanglaufen, oberhalb des Brustkorbs, des Brustbeins. Und dann lass dich mal vielleicht auch diesen dritten Atemraum bewusst wahrnehmen. Der Atem strömt ein, erreicht Bauchbeckenraum, Lungenräume und vielleicht spürst du auch, wie sich oben der dritte Atemraum noch mehr füllt und du nimmst es eventuell an den Schlüsselbeinen, an dieser Bewegung, an den Schlüsselbeinen wahr. Das ist ein bisschen diffiziler zu spüren und wenn es nicht gleich gelingt, überhaupt kein Problem, dann weißt du einfach, vielleicht kann dieser dritte Atemraum noch nicht ganz bewusst gefüllt werden. Ja, du versuchst es einfach. Zwei, drei dieser ruhigen, tiefen, gleichmäßigen Atemzüge noch. Der Atem strömt nach unten, Bauchbeckenraum, Lungenräume und dann eventuell spürst du sogar den dritten Atemraum sich füllen und wieder in der gleichen Reihenfolge ausatmend, Bauchbeckenraum, Bauchdecke zieht nach innen, Lungenräume schmelzen etwas, auch die seitlichen Rippenbögen und vielleicht spürst du es auch oben im dritten Atemraum. Behalte das Bei, diese schöne vertiefte Atem, die wir im Yoga Purna, vollständigen Yoga Atem nennen, leg die Arme entspannt neben den Körper und wenn die Beine ausgestreckt sind, dann ziehst du jetzt die Knie über außen zum Brustkorb ran. Wenn du die Füße etwas weiter aufgestellt hast, wanderst du sie hüftgelenksweit und dann streck bitte das linke Bein nach oben und verschränk die Finger an der Rückseite vom rechten Oberschenkel. Atme hier ein, schieb mal etwas Ferse groß, Zehenball nach oben und wenn du ausatmest, beugst du dein Knie, entweder bleiben die Hände in der Rückseite des Oberschenkels oder du versetzt sie vorne ans Schienbein und verschließt die rechte Körperseite, Oberschenkel, Knie nah zum Oberkörper. Wiederhole diese Bewegung, einatmen, ein Legstretch, Bein strecken, Hände an der Rückseite des rechten Oberschenkels verschränkt und ausatmen, Knie beugen, Knie und Oberschenkel zum Oberkörper ran. Wunderbar, mach das Ganze in diesem gleichmäßigen, ruhigen, tiefen Atemrhythmus, den du vorher so schön etabliert hast. Vielleicht können sich auch hier bewusst diese drei Atemräume füllen und die Luft kann wieder aus diesen drei Atemräumen entweichen. Mach es genau in dem Rhythmus, der dir keinen Stress bringt, der aber wirklich ruhig, entspannt und tief der Atem fließen kann. Und wenn schließlich dein rechtes Bein gestreckt ist, vielleicht magst du auch das Knie ein klein wenig anbeugen, das Bein zeigt aber nach oben, dann lass den rechten Fußknöchel kreisen, drei, vier Mal in die eine Richtung und drei, vier Mal ganz genüsslich große Kreise in die andere Richtung. Für die halbe Happy Baby Pose beugst du bitte jetzt dein rechtes Knie und greifst mit der rechten Hand, wenn es geht, von außen die Fußsohle. Wenn das gar nicht geht, dann greifst du von innen oder greifst dir deinen Schienbein oder deinen Fußknöchel. Schau mal, wenn es geht und das Knie rechts ist gebeugt und du ziehst sogar mit der Armkraft das Bein näher ran. Also so Knie und Oberschenkel sind in etwa neben dem Oberkörper und ziehen Richtung Achselhöhle. Halbe Happy Baby Pose. Eigentlich sind wir auf der rechten Seite, aber wenn du alles jetzt links geübt hast, dann bleibst du einfach dabei und es ist egal, dann kannst du nachher die zweite Seite gehen. Genau. Einen Moment bleibst du in dieser halben Happy Baby Pose, leg den linken Arm zur Seite, der unterstützt dich ein bisschen, weil wir die Position jetzt ein bisschen spielerisch variieren. Du kannst gerne die Handfläche der linken Hand nach unten zeigen lassen, dann stabilisiert es so schön. Erstmal gibst du noch ein bisschen Druck, Armkraft, also diesen leichten Widerstand erzeugen im Beckenraum und dann streckst du mal das rechte Bein ein bisschen gegen den Widerstand der Armkraft und beugst es wieder. Du darfst gerne die Winkel vom rechten Bein verändern, also das muss nicht immer der gleiche Winkel sein. Du darfst gerne spielerisch jetzt mit dieser Position arbeiten, du kannst sogar mal zur rechten Körperseite rollen. Das Einzige, was du beibehältst, ist, dass der linke Fuß am Boden bleibt, aber du kannst gerne die linke Hüfte sich lösen lassen vom Boden. Du kannst auch mal, wenn du zur Seite rollst, das Bein strecken, auch hier variieren, strecken, beugen, das Bein vielleicht mal ein bisschen nach oben oder nach unten ziehen. Also ich gebe dir einfach Ideen und du spürst und übst, so wie es dir jetzt gut tut und spüren, wirklich so in den Beckenraum hinein. Das ist eine wunderbare Gelenksmobilisierung. Genau, lass einfach den Atem fließen und natürlich, du musst nicht nur zur rechten Seite mit dem Bein rollen, sondern du kannst wieder zurückkommen zur Mitte, zur linken Seite bewegen und einfach spüren, was diese unterschiedlichen Dehnimpulse auch verändern. Dann kommst du wieder zurück zur Mitte und für eine dritte Position auf dieser Seite verschränkst du das rechte Knie über dem linken, wenn du links geübt hast, musst du auf der linken Seite üben. Also rechtes Knie über links, so dass du die Beine so übereinander geschlagen hast, als würdest du auf einem Stuhl sitzen und jetzt beide Arme in die T-Position nach rechts, links ausbreiten, den linken Fuß ein bisschen nach rechts versetzen und dann die Beine rüber sinken lassen, Entschuldigung, die Beine ein bisschen nach links, den linken Fuß ein bisschen nach links versetzen lassen und die Beine rüber sinken lassen nach rechts. Das ist nämlich der sogenannte umgekehrte Twist und wird sich vielleicht ein bisschen, ja, ungewohnter einfach anfühlen, weil wir üblicherweise andersrum drehen. Aber jetzt öffnet sich, wirst du wahrscheinlich merken, wunderbar die linke Körperseite. Lass dich tief, ruhig, entspannt atmen, das rechte Bein, das rechte Knie ist über dem linken überschlagen und die Beine sinken rüber nach rechts. Bewege mal Kopf und Nacken sanft von der einen zur anderen Seite und gibt es dort auch noch so einen Entspannungsimpuls, einfach loslassen, Schultern-Nacken-Bereich ist häufig angespannt und vielleicht bleibt dann für die letzten zwei, drei Atemzüge der Kopf mittig liegen oder du die legst in Entgegengesetz zu den Beinen auf die linke Seite. Ein ruhiger, tiefer Atem. Du kannst nochmal deine drei Atemräume erkunden. Bauch-Beckenraum, Herz-Brustraum bis nach oben zu den Schlüsselbeinen. Das fühlt sich sicher etwas anders an, jetzt weißt du ja auch gleichzeitig noch in einer Asana bist, in einer Position. Dann kommst du auch schon wieder zurück, stellst die beiden Füße auf und lässt einen Moment die Beine ausgleiten und spürst nach. Manchmal ist es erstaunlich, mit wie viel wenig Bewegung wir gleich ein anderes Körpergefühl haben und sich vielleicht eine Seite vermutlich ganz anders anfühlt als die andere, aber vielleicht auch wieder schon mehr Raum entstanden ist im Körper. Und dann kommt die zweite Seite, du bringst die Knie wieder über außen zum Brustkorb ran, kannst auch hier gerne ein bisschen kreisen, schaukeln, wippen, was dir gut tut, wirklich so wie eine kleine Rückenmassage. Und dann stellst du den rechten Fuß auf, das linke Bein gestreckt nach oben, die Hände an der Rückseite vom linken Oberschenkel verschränkt, also die Finger verschränkt und im Einatmen Längen des Beins schiebst, sogar Ferse, Großzehen, Ballen nach oben und im Ausatmen beugst du das Knie und ziehst Knie und Oberschenkel zum Oberkörper ran. Du kannst dabei die Finger einfach verschränkt lassen hinterm Oberschenkel oder wenn du Knie beugst und es ein bisschen intensiver willst, kannst du nach vorne greifen zum Schienbein und da kannst du wahrscheinlich die Körperseite ein bisschen näher noch verschließen. Beides ist genauso fein. Verbinde bewusst Atem und Bewegung. Im Einatmen streckst du dein Bein und im Ausatmen das Knie beugen, Knie und Oberschenkel zum Oberkörper ranziehen, verschließen. Das ist oft nochmal auch schön, wenn wir ausatmen, am Ende der Ausatmung, gerade in diesem Verschließen einer Körperseite, nochmal wie so Restluft rausatmen. Und dann, wenn das Bein das nächste Mal oben ist, vielleicht auch das Knie leicht anbeugen, jetzt geht es uns um Fußgelenkskreise, drei, vier Mal das linke Fußgelenk genüsslich kreisen lassen, in die eine und in die andere Richtung. Heute hört man fast kein Knacken, das ist unüblich. Genau, und dann für die halbe Happy Baby Pose beugst du dein linkes Knie und greifst, wenn es geht, mit der Hand von der Außenseite an den Fuß. Du könntest aber auch von der Innenseite greifen, wenn dir das leichter fällt. Oder wenn du einfach den Fuß nicht erreichst, dann greifst du dir so den Fußknöchel oder dein Schienbein. Und erstmal bleibst du so drei, vier Atemzüge in dieser klassischen Position, halbe Happy Baby Pose, legst noch den rechten Arm zur Seite, die Handfläche nach unten gedreht, das stabilisiert, wenn wir jetzt dann das Ganze ein bisschen spielerisch bewegen. Erstmal zieh nochmal am Bein mit Armkraft, dass du so etwas in diesen Hüftöffner hinein aktivierst. Nun kannst du beginnen, die Position zu variieren, du kannst dein Bein strecken und wieder beugen, du kannst den Winkel des Beins verändern. Du kannst dann irgendwann mal mehr zur linken Seite rollen, auch hier kannst du das Bein strecken und beugen. Das Einzige, was eigentlich bleibt, ist, dass der rechte Fuß am Boden bleibt und dich dieser rechte, ausgestreckte Arm in deinen Bewegungen unterstützt. Was ich auf der ersten Seite nicht gesagt habe, aber was du natürlich machen kannst, du kannst auch mal wechseln und die Hand von innen an die Fußsohle legen, dann gibt es auch nochmal ein bisschen einen anderen Dehnimpuls. Also fühl dich frei, ich gebe dir Ideen und das, was der Körper intuitiv jetzt gerade machen möchte, was sich gut anfühlt, was Freiraum schafft, das lass dich machen. Wunderbar. Und dann beende die Position und überschlag das linke Knie über dem rechten oder wenn du anders herum geübt hast, müsstest du das rechte Knie über dem linken überschlagen. Wanderst mit dem rechten Fuß ein bisschen mehr nach rechts und lässt die Beine rüber sinken nach links. Die beiden Arme jetzt in die T-Position und einfach drei, vier, fünf Atemzüge ganz entspannt in diesen Twist hinein schmelzen. Atme in die drei Atemräume bewusst, Bauchbeckenraum, Brustkorbbereich, vielleicht sogar bis nach oben zu den Schlüsselbeinen. Spüre nach jeder Einatmung und die kurze Pause in der Atemfülle und am Ende der Ausatmung sinkt ein Moment in dieses Höchstmaßangelassenheit in der Atemlehre, in diesen Moment der Stille. Dann löst die Position auf, wandern mit den Füßen wieder parallel, bring die Arme wieder neben den Körper und lass die Beine wieder einen Moment ausgleiten. Lass dich nachspüren. Wie fühlt sich der Beckenraum an? Wir haben natürlich auch ein bisschen die Knie mit mobilisiert, Fußgelenke. Wie geht es jetzt im Körper? Und dann bring wieder die Knie über außen zum Brustkorb ran, stell den linken Fuß auf, nimm dir dein Band und platziere das Band dort, wo die Zehnballen sind, vom rechten Fuß. Subta Padangustasana, also eine liegende Vorbeuge und die werden wir mit einer seitlichen Dehnung kombinieren heute. Genau, dort, wo die Zehnballen sind, platzierst du dein Band, die Großzehnballe und die Ferse schiebt nach oben und ich gebe dir nachher die Option, du kannst dann das linke Bein entweder ausgleiten lassen, wenn es zu sehr überdehnt, auch du könntest dir übrigens jetzt ein Kissen unter den Kopf legen, weil für manche ja diese Beindehung auf der Rückseite durchaus auch ein bisschen intensiv ist und dann auch den Kopf, den Nacken so nach hinten überdehnt, dann leg dir bitte ein Kissen unter den Kopf und dann greifst du bitte das Band heute nur mit der rechten Hand, also beide Enden mit der rechten Hand und schiebst nochmal die Fußsohle nach oben und lässt das rechte Bein dich rüberziehen, also du unterstützt dich mit dem Band nach rechts. Leg die linke Hand auf die linke Beckenseite, sodass die linke Beckenseite ganz am Boden bleibt. Und vielleicht kannst du das Bein nicht nur nach rechts rüberziehen, sondern auch noch nach oben, also es sinkt nicht nur nach rechts, sondern geht auch so nach oben, als wollten die Zehen so nach oben Richtung Kopf ziehen. Und du könntest optional das linke Bein ausgleiten lassen, das linke Bein wird dabei aktiv, das heißt du schiebst die linke Fußsohle und Ferse weg von dir. Wie gesagt, das kann zu intensiv sein, dann lass bitte den linken Fuß aufgestellt oder stell ihn wieder auf, das ist einfach eine Option. Versuch die Kniekehle richtig schön vom rechten Bein zu weiten, es geht uns also vor allem um einen Längsgrittsch. Lass uns ein bisschen mal los und gehen ein bisschen. Das Zittern, was auch oft passiert, ist eine super Reaktion. Muskel- und Nervensysteme koordinieren sich wieder neu. Lass einfach den Atem ruhig, entspannt fließen, kann auch wenn so ein Zittern und pulsieren ins Bein kommt. Super. Eins, der Atemzüge macht es toll, ganz wunderbar. Und wie gesagt, das, wenn es zieht, das ist ganz normal. Und dann kommst du mit einem Einatemimpuls zurück in die Mitte mit dem rechten Bein und bringst es nur so drei, vier Atemzüge mehr rüber nach links. Auch da geht es nicht nur nach links, sondern auch nach oben. Du ziehst sozusagen die Zehen wieder auch Richtung Kopf nach oben. Das geht meistens nicht so leicht und die rechte Beckenseite bleibt hier komplett am oben. Du könntest auch das Band anders erreichen. Genau das bleibt uns noch anders. Ja, perfekt. Komm wieder mit. Mehr, mehr. Super. Komm zurück zur Mitte, stell wieder beide Füße auf, leg dir das Band gleich rüber nach links, das kommt ja noch die zweite Seite. Lass die Beine ausgleiten und dich nachspüren. Ja, nach diesen ein, zwei ruhigen, tiefen Atemzügen kommt die zweite Seite und oft spüren wir ja nach der geübten Asana, ah, was das für eine Wohltat im Körper ist und das motiviert uns wieder auch, dass diese Asanas, die ja wirklich manchmal uns ein bisschen fordern oder manche Bereiche des Körpers erreichen, die irgendwie Schmerzen oder eng sind oder fest sind. Ah, das tut aber gut. Genau, also bring die Knie wieder über außen zum Brustkorb ran, stell den rechten Fuß auf, platziere dir dein Band auf der Fußsohle vom linken Bein, dort wo die Zehen ballen sind, greif dir das Band nur mit der linken Hand heute, dann kannst du nämlich mit der rechten Hand schließlich die rechte Beckenseite so ein bisschen nach unten drücken und es geht uns um ein Längen des Beins, also lieber lass viel, also greif das Band eher körpernäher, sodass du Möglichkeit hast, dass das Bein sich schön streckt und dann führst du das Bein, das linke Bein rüber nach links und nach oben und gleichzeitig mit der rechten Hand auf der rechten Beckenseite stabilisierst du die rechte Beckenseite und kannst dann, wenn du in der Position bist, das rechte Bein ausstrecken und die rechte Großzehenballe, Fußsohle wegschieben von dir, dass das rechte Bein auch aktiv bleibt. Nur dann, wenn diese Beindehnung schon einigermaßen gut geht, kann man auch noch das rechte Bein ausstrecken. Genau. Und dann führst du jetzt nach rechts, dann nach rechts gehen. Und nach rechts gehen. Und nach drei, vier, negative Atemzüge. Wunderbar. Ja, jetzt ist es ausgeklärt. Komm mit einem der nächsten Einatemimpulse zurück zur Mitte, greif gerne das Band mit der rechten Hand und nur zwei, drei Atemzüge kommt das linke Bein jetzt rüber nach rechts und nicht nur nach rechts, sondern auch nach oben. Das kannst du ja wunderbar mit Armkraft zum Herd anziehen. Genau. Das ist richtig aktiv. Und dann kommt mit dem Einatemimpuls zurück zur Mitte, löst das Band, stell den Fuß auf, lass beide Beine ausgleiten und spür der Rückenlage nach. Manchmal kommt so ein Durchatmen, ein Aufatmen nach den Asanas, wenn das Gewebe sich entspannt, wenn wieder mehr Freiraum entstanden ist. Wieder bei einem der nächsten Atemimpulse, die Knie über außen zum Brustkorb ran, die Füße aufstellen und die Arme einfach neben den Körper legen. Jetzt kommt die Position, die ich vorhin kurz gezeigt habe, die eigentlich total simpel ist, aber manchmal weiß man nicht genau, wie man das Bein jetzt genau öffnen soll und wohin das Knie sinkt. Das rechte Knie beugen, zum Oberkörper ranziehen, dann das rechte Beinknie einfach zur rechten Seite Richtung Boden sinken lassen, so weit, wie deine natürliche Hüftöffnung das zulässt. Dann das Bein strecken, so 10 cm ungefähr über Boden schweben, zurückführen zur Mitte und dann das Knie wieder beugen und ranziehen. Es ist quasi eine Art Halbkreis über rechts, die du mit dem Bein beschreibst, das Bein dann streckst, wenn das Knie auf der rechten Seite ist und dann wieder zurückführst in die Mitte. Genau, manchmal knackt es hier im Hüftgelenk. Solange kein Schmerz da ist, ist es eher ein gutes Zeichen, dass sich wieder was einjustiert. Hier kann einfach der Atem fließen und diese Übung ist umso effektiver, je langsamer du sie machst. Es ist eher eine Übung, die durch die Langsamkeit und auch das Hinspüren, was im Hüftgelenk passiert, ihre Wirkung entfaltet. Und dass wir sie ein bisschen länger machen. Und wenn wir manchmal so ganz einfache Übungen machen und die vielleicht auch noch langsam, dann ist es so, dass manchmal der Geist, dem wird dann irgendwie so ein bisschen langweilig. Naja, jetzt habe ich es ja schon drei, vier Mal gemacht und jetzt weiß ich es ja auch schon. Aber dann ist es, dass wir wegkommen vom Spüren. Wenn wir spüren, dann gibt es so viel zu entdecken im Körper, was da jetzt im Beckenraum passiert. und jede Bewegung ist ja ein bisschen anders. Und wenn wir da ganz dabei sind, dann ist es so spannend, da kann es uns gar nicht langweilig werden. Und wie sich auch vermutlich das etwas verändert durch die Wiederholung, vielleicht ermüdet auch etwas. Das ist auch ganz normal. Und dann beenden wir für die erste Seite, stell dir den rechten Fuß auf, leg die Fußsohlen aneinander und lass die beiden Knie einen Moment zur Seite sinken. Lass dich nachspüren im Subtabhadakon Asana in dem liegenden Spetterling für ein paar Momente. Spür deine drei Atemräume, wie du sie immer wieder füllst, füllst von unten, von unten, Mitte nach oben und auch wieder leerst von unten, Mitte nach oben. Stell die Füße wieder auf, es kommt die zweite Seite, du ziehst dein Knie zum Oberkörper ran, lässt das linke Knie, das linke Bein zur Seite sinken, streckst das Bein, führst es schwebend über den Boden, in diesem Halbkreis und wieder zurück, Knie beugen, Oberschenkel zum Oberkörper heranziehen. Lass diese Bewegung in so einem geschmeidigen Fluss kommen, und es wird gleichzeitig auch das ISG, das Biosakralgelenk der jeweiligen Seite und das Kreuzbein mit bearbeitet. Wunderbar. Noch zwei, drei Runden in aller Ruhe, langsam üben. Atem ruhig und gleichmäßig fließen lassen. Und schließlich beenden, beide Beine noch mal ausgleiten lassen, jetzt unten nachspüren. Wir kommen nach oben zum Sitzen und dann gleich in den sogenannten Frosch oder halben Frosch. Und dann legen wir uns nur nach dieser Übung von diesem Frosch noch einmal kurz in die Rückenlage, das ist zum Nachspüren wunderbar nach dieser Übung. Zuerst kommen wir eben nach oben, die Knie über außen zum Brustkorb ran, roll dich auf die linke Körperseite, roll dich über die Seite nach oben zum Sitzen und dann bitte ich dich, also nochmal, es braucht nicht unbedingt eine Decke, aber ich finde es sehr angenehm, weil wir wirklich so für drei, vier Minuten in der Position bleiben und die Knie dann eben auf der Matte relativ weit geöffnet sind. Ich finde eine Decke super, du musst es nicht machen, aber ich finde es super. Und du könntest dir mal das Bolster und vielleicht sogar die Blöcke nach vorne holen. Ich zeige dir kurz, wo es hingeht und dann weißt du auch schon, was wir da machen. Wir starten dann danach in einem Vierfüßlerstand und bringen die Knie so weit wie es geht auseinander. Also könntest du dir fast weiter, als ich es jetzt gemacht habe, die Decke weiter öffnen. Die Großzehenballen liegen aneinander und man braucht auch nicht unbedingt einen Polster, man kann auch einfach mit den Unterarmen zum Boden und jetzt hast du alle Möglichkeiten. Du kannst so bleiben, kannst dir hier ein Polster unter den Oberkörper schieben. Schaut nochmal ganz kurz her, weil es gibt da noch eine Variante. Für manche, die auch eine gute Hüftöffnung haben, ist es dann möglich, wenn du in der Position bist, dass du die Innenkanten der Füße am Boden bleiben, also die lösen sich nicht so nach außen schiebst. Das ist der ganze Frosch. Es sieht ein bisschen wie so Froschbeinchen aus. Darum heißt es Frosch oder Frosch. Genau. Und dann hast du die Varianten, du kannst schauen, wo du dich so ein bisschen an deine Grenze rantasten. Man kann selber so ein bisschen die Knie entweder auf der Decke rutschen oder sich selber so ein bisschen drunter greifen, ein bisschen mehr öffnen. Und wie gesagt, den Oberkörper kann man gerne auf dem Bolster oder vielleicht ist es sogar zu niedrig, dir noch einen Block drunter schieben, Block und Bolster nehmen. Auch das könnte eine Möglichkeit sein, um dich darauf abzulegen. Und je nachdem, wenn du das Becken vielleicht ein bisschen nach hinten schiebst, ist es mehr oder weniger intensiv. Da kannst du ganz viel selber ausprobieren. Also du kommst zu einem breiten Mattenrand, würde ich fast sagen. Wenn du nochmal rausgehst, dann dreh dich zum breiten Mattenrand. Also optimal ist es eigentlich, zum breiten Mattenrand sich eine Decke ausbreiten und die Hilfsmittel bereit haben. Wenn du jetzt schon bist und alles gut ist, dann kannst du auch am schmalen Mattenrand bleiben. Sorry, das habe ich ein bisschen spät gesagt mit dem breiten Mattenrand. Genau. Okay. Also, ihr startet, ihr schaut noch ein bisschen ungläubig, wo will sie heute hin mit uns? Ihr startet im Vierfüßler und zieht die Knie so weit wie möglich auseinander. Das kann schmaler sein, das kann weiter sein als bei mir. Die Großzehenballen liegen erst aneinander. Variante 1, du gehst einfach mit den Unterarmen zum Boden, vielleicht nimmst du dir hier so Fäuste, legst es drauf ab. Finde ich nicht so gemütlich. Also gemütlich ist die Position eh nicht so ganz. Aber es ist angenehmer, dir ein Bolster unter den Oberkörper zu legen oder dann noch die Innenkanten der Füße am Boden, die Füße so nach außen bringen. Wenn du keinerlei Dehnung spürst, dann musst du was verändern. Dann musst du vielleicht das Becken ein bisschen nach hinten oder nach vorne bewegen. Du musst vielleicht die Knie noch ein bisschen weiter zur Seite schieben. Also da hast du viele, viele Möglichkeiten. Stimmt, ja, ja. Also es ist, na ja, wir bleiben zwei Minuten, also wundere dich nicht, wenn es doch sehr intensiv wird. Bei dir ist das Becken sehr tief, und ich würde die Knie ein bisschen mehr nach oben ziehen, wenn es geht. So. Ja, jetzt kann ich, hier ist es besser. Genau. Und jetzt je nachdem, jetzt kannst du hier die Kanten nach außen schieben, wenn das okay ist. Ja. Genau. Geht das so, oder wird es zu viel? Und für die Knie, wir sitzen mal ganz auf der Decke, ist das okay? Sonst müsstest du mal kurz aufstehen. Du könntest dir nicht zu, und wo man geht. Wie ist es jetzt? Gut. Gut. Ich gehe mal einmal rum durch den Raum, und wenn jemand sagt, ich kann entweder gar nichts anfangen mit der Position, oder es ist auch viel zu weh, oder es passt gar nicht, dann würde ich das größer. Wenn ich jetzt unterschätzt, ja. Prinzipiert, wenn du so ein bisschen rausziehen, und die Fußkanten rüber, und die Füße ein bisschen so rüber. So. Wie ist es jetzt? Ja, ist gut? Ja. Und dann einfach rein sinken in die Position. Genau. Darfst du jetzt los essen? Okay. Kannst du da ein bisschen mit mir oder nach vorne liegen? Habe ich? Den kannst du auch nehmen. Den kannst du gerne. Den kannst du aber auch jetzt dazu kommen. den Kopf, wenn du das runterdickst, wenn du das auch nehmen kannst. Also, kannst du ausprobieren, was für die Schweine. Und hier passt's? Knie muss man aufpassen. Genau. Wie sieht's gut aus? Okay. Rast so? Ja. Wir haben die manchmal, diese Übung, wenn wir die in den Ausbildungen geübt haben, manchmal zehn Minuten gehalten. Machen wir heute nicht. Erschreckt nicht. Die wird dann immer intensiver, weil natürlich das Gewebe loslässt. Aber vielleicht merkst du sie jetzt auch schon. Manchmal ist es am Anfang noch so, ach ja, okay. Spür gar nicht so viel. Und dann auf einmal, wenn man doch so eine Minute, eineinhalb, zwei Minuten bleibt, tut sich doch viel, vor allem, wenn du wirklich die Bereitschaft hast, loszulassen. Wirklich dort, wo sich's oft im Beckenraum, Innenseite, am Ende der Oberschenkel, also es sollte nichts, es sollte nie ein unangenehmer Schmerz sein, aber dass in dieser Position etwas zieht, ist ganz normal. Du kannst dich so eine innere Skala vorstellen, von 0 bis 10, spürst du gar nichts, 10 ist wirklich Schmerz viel zu intensiv, wollen wir nie im Yoga, und du gehst, würde ich mal sagen, so bis maximal 6, von deiner inneren Skala. Sonst veränderst du etwas, und wenn man etwas verändert, gerade in so einer ruhiger, länger gehaltenen Position, sind es so drei, vier Atemfüge, wo man erst mal spürt, ist es so eine schnelle Reaktion nur, oder will der Körper wirklich, braucht der Körper wirklich ein Veränderer? auch hier, bleibt beim Spüren, bleibt beim Atmen, nimm wahr, wie der Atem ein- und ausströmt, noch so eine halbe Minute, das heißt, du warst schon relativ lang in der Position, und vielleicht hat jetzt der Körper sogar die Bereitschaft, in der Weise, ja, so lang geht es nicht mehr, noch etwas mehr loszulassen. Die letzten sieben, acht ruhigen, tiefen Atemzüge noch. Spür dich mal durch den Körper, auch vor allem in den Beinen und in den Beckenraum, in den Bauchbereich, wo darf vielleicht noch mehr entspannen und loslassen. Und es ist dann ganz wichtig, wirklich ganz langsam aus der Position rauszugehen. Wirkt wirklich tief und sehr intensiv, wenn du dann rausgehen möchtest, gib ein bisschen Druck in die Hände, und wandern mit den Händen einfach näher wieder zum Körper ran und hebel langsam den Oberkörper an. Also je nachdem, wie tief du in die Position gekommen bist, braucht es wirklich Zeit und Ruhe, um aus der Position rauszukommen. Du kommst einfach noch in aller Ruhe in die Rückenlage, das ist nur noch mal zum Nachspüren, das ist für diese Position eigentlich die angenehmste Art, noch mal wirken zu lassen, nachzuspüren, wenn wir noch mal kurz in die Rückenlage kommen. Also lass dich einfach nach der Position, wenn du wieder schön rausgekommen bist, in der Rückenlage nachspüren. Ich möchte auch genießen, wie schön der Beckenraum sich weiter anfühlt. Wir haben das gut vorbereitet heute mit dem halben Happy Baby und vorhin dem Subtapadangustasana. Also vielleicht hat es auch gar nicht so fest gezogen, aber ich hoffe, es ist zumindest jetzt ein Gefühl von Raum, von Weite und von angenehmer Wohltat im Körper zu spüren. Und dann findest du wieder in aller Ruhe deinen Weg nach oben zum Sitzen. Unsere nächste Position ist im Sitzen. Und da darfst du dir dann, wenn du im Sitzen angekommen bist, gern eine Decke unterlegen, um erhöht zu sitzen, wenn du magst. Du kannst auch gern auf Blöcken sitzen. Und dann wanderst du mit den Füßen ein bisschen mehr in Richtung unter die Knie, also gar nicht klassisch der süße Sitz-Sutkasana, sondern du wanderst hier so ein bisschen mit den Füßen unter die Knie und wirst ganz stabil dabei, bringst die Hände erstmal kurz auf die Oberschenkel und lässt dich dein Sitzfleisch rausziehen. Damit du ganz aufrecht, angenehm mit einer schönen Länge in der Wirbelsäule ankommst. Bringst dann bitte die rechte Hand zum linken Knie. Ich tue mal das auf die Seite. Und die linke Hand greift das rechte Handgelenk und dann lass dich ausatmend mit dem Oberkörper rüberziehen nach rechts und einatmend kommst du einfach wieder zurück zur Mitte. Und wenn du das wiederholst, ausatmen, rüberziehen nach rechts, dann ziehst du so mit der linken Hand ein bisschen am rechten Handgelenk, um diesen Dehnimpuls zu unterstützen. Ausatmen nach rechts, auch der linke Sitzbeinhöcker zieht aktiv Richtung Boden, der hebt sich nicht vom Boden, den schiebst du sogar aktiv Richtung Boden bei jedem Ausatmen, wenn du rüber neigst nach rechts. Und ein bisschen mit der linken Hand den Stretch unterstützen, da ziehst du so ein bisschen am Handgelenk nach unten. Du darfst jedes Mal beim Ausatmen den Kopf loslassen, Kopf und Ohr Richtung rechte Schulter sinken lassen. Es gibt gleich noch so einen ganz angenehmen Nackenstretch auf der linken Seite. Ein letztes Mal. Es kann sein, dass wir doch das Fenster kurz schließen müssen. Komm, einatmen, zurück zur Mitte, einen Moment, die Hände ganz entspannt auf den Oberschenkeln platziert, nachspüren. Spür mal, welche Beckenseite sich für dich tiefer anfühlt, geerdeter, verwurzelter. Und dann kommt die zweite Seite, linke Hand zum rechten Knie, rechte Hand greift das linke Handgelenk, da kannst du dich unterstützen im Stretch und im Ausatmen neigst du rüber nach links, hältst dich wirklich fest am Knie und kommst zurück zur Mitte. Immer wieder zur linken Seite und ganz bewusst rechte Beckenseite am Boden belassen, sogar reinschieben aktiv. Kopf lässt los, einen Moment, wenn du ausatmend nach links kommst, das Ohr Richtung linke Schulter sinken lassen, in diesen sanften Nackenstretch hineinkommen. Auch hier nochmal so ein letztes Mal. Und dann komm bitte zurück zur Mitte, die Hände wieder entspannt auf den Oberschenkeln platziert. Kurz nachspüren. Breite die Arme einmal aus in die T-Position, umarm dich, der rechte Arm ist oben, der linke Arm ist unten, greife einfach mit den Händen so an die Schultern und prüfe nochmal für dich, dass du nicht rund bist, dass du wirklich schön in der Länge bist. Schieb die Sitzbeinhöcker nach unten, gib so ein bisschen Druck Richtung Erde und als würde jetzt die Erde zurückdrücken, findest du so eine schöne Länge und Aufrichtung. Und jetzt lass dich ganz sanft um die mittige Achse deiner Wirbelsäule herumschwingen, nach rechts, nach links und lass dich so ein bisschen aktiver dabei durch die Nase atmen. Gar nicht so sehr intensiv, dieses Bastrika, sondern, also Bastrika heißt, dass du ja aktiv durch die Nase ein- und ausatmest, dass wir nicht zu viel Feuer aktivieren, aber so ein bisschen darf es diese schwingende Bewegung unterstützen. Und dann komm zurück in die Mitte, breite die Arme einmal wieder aus und der rechte Ellbogen über links für Garuda. Schau mal, ob die Handflächen zueinander kommen können oder ob es besser ist, die Handrücken zueinander. Wenn das gar nicht geht, könntest du einfach nochmal in diese erste Variante kommen oder du bleibst eben so und ziehst jetzt aktiv die Ellbogen zueinander und weg vom Oberkörper. Du spürst optimalerweise einen schönen Stretch hier hinten im Schulterbereich. Und jetzt zieh im nächsten Einatmen die Ellbogen nicht nur zueinander, sondern sogar sanft nach oben. Denk dich mehr in die Länge der Körperseiten, gar nicht so sehr in eine Rückbeuge, sondern durch eine Länge der Körperseiten. Und jetzt lass gleichzeitig, obwohl die Arme und die Ellbogen weit nach oben aufsteigen, das Kinn mehr Richtung Brustbein kommen. Ah, jetzt gibt es nochmal einen schönen Stretch, wahrscheinlich vermutlich spürbar im Schulterbereich. Und dann komm im Einatmen zurück in die Mitte und löst die Arme und spür kurz noch. Es entsteht richtig Raum im Schulter, im Nackenbereich. Und dann kommt natürlich noch die zweite Seite. Du breitest die Arme wieder aus und jetzt kommt der linke Arm über den rechten. Du umarmst dich wieder, spürst nochmal ganz bewusst die Längeaufrichtung im Oberkörper, sonst setzt dich vielleicht auch nochmal höher und dann nochmal in ein Schwingen kommen, um die mittige Achse herum und gern verbinden mit einer etwas vertiefteren Atem durch die Nase ein und aus, so ein sanftes Bastrika. Beendet das Schwingen, weite die Arme zur Seite und entweder ist es nochmal die gleiche Position oder für Garuda-Adlerarme ist der linke Ellbogen über dem rechten Handflächen oder Handrücken zueinander. Du ziehst die Ellbogen zueinander weg vom Oberkörper. Ziehst die Körperseiten lang, schiebst dabei die Sitzbeinhöcker nach unten und lässt die Arme noch ein Stückchen mehr aufsteigen. Du kommst quasi im Oberkörper in die leichte Rückbeuge, lässt aber jetzt das Kinn Richtung Brustbein sinken. Zwei, drei ruhige, tiefe Atemzüge. Heb den Kopf wieder an, löst die Arme und spür kurz nach. Und dann kommen wir von hier in den Vierfüßler. Wer mag, legt sich auch eine Decke unter den Knien. Wir bleiben nicht so lange, aber ein bisschen länger im Vierfüßler. Gut, wenn du in deinem Vierfüßler angekommen bist, schultern bitte über den Handgelenken, Füße, Beine, Knie, Hüftgelenks schmal, die Arme schulterweit. Lass dich so zwei, dreimal ganz klassisch in KZQ kommen, ausatmend vom Becken beginnend den Rücken rund und einatmend vom Becken beginnend in die Länge der Vorderseite des Körpers. Ein, zweimal mehr, ausatmend in den ganz runden Rücken, dabei schieben die Hände den Boden noch etwas mehr weg und im Einatmen, wenn du in die Weite der Vorderseite kommst, das Brustbein nach vorne, Handgelenke und Knie mehr zueinander aktivieren. Und wenn du das nächste Mal im runden Rücken bist, dann bleib bitte im runden Rücken und mach so kleine Mikrobewegungen erstmal im Beckenraum und unteren Rücken. Also im runden Rücken bleiben, ist es vielleicht wie so eine Art Räkeln des unteren Rückens, des Beckens nach rechts, nach links, vielleicht findest du auch andere Bewegungen so gegengleich, die Beckenseiten. Das sind so kleine Mikrobewegungen, die jetzt im runden Rücken bleibend gut möglich sind. Und dann kommen diese kleinen Bewegungen mehr in den mittleren Rücken und in den oberen Rücken. So im Schulterbereich, vielleicht bewegt sich auch der Kopf jetzt leicht mit. Und dann finde wieder einfach in den runden Rücken und im Einatmen nochmal in die Länge der Vorderseite, in diese Q-Position, in dieses geführte Hohlkreuz und auch hier lässt du kleine Bewegungen erstmal im unteren Rücken entstehen. Und dann darfst du gerne spielerisch, vielleicht ist es so ein nach rechts, nach links, vielleicht auch mal so gegengleich die Beckenseiten nach hinten vorne bewegen. Im Runden, in der langen Vorderseite bleiben, dieses hier vielleicht nicht so einfach, auch im mittleren Rücken noch so kleine Mikrobewegungen entstehen zu lassen. Schau mal, wie gut es möglich ist. und dann im oberen Bereich, im Schulterbereich. Vielleicht mag auch hier nochmal Schulter, Kopf sich ein bisschen mehr mitbewegen. Komm in die neutrale Position, in der Mitte, lass dich noch einmal ausatmen, in den runden Rücken und einatmen, in die neutralen Kurven der Wirbelsäule, in den Vierfüßlerstand kommen. Die Zehen umgestülpt, schieb dein Becken einmal nach hinten oben, in einen nach unten schauenden Hund. Auch hier nochmal im Wechsel, mehr bewusst die beiden Beckenseiten nach hinten schieben, gar nicht so sehr. Es ist auch ein Abwechseln der Fersen nach oben unten, aber du konzentrierst dich so auf die Beckenseiten. Das ist wie ein bisschen so eine Art Salsa-Tanzen. Und dann wandere ich Schritt für Schritt nach vorne, bis du so in deine Vorbeuge im Stehen kommst. Und in der Vorbeuge im Stehen die Hände in die Ellbeugen legen für den Wasserfall, den Oberkörper entspannt hängen lassen, die Sitzbeinhöcker ziehen mehr nach oben, die Füße schieben ein bisschen mehr in die Erde hinein, sodass wirklich die Wirbelsäule sich aushängen kann. Vielleicht magst du auch mal die Lippen auspusten, so in Kopf nach rechts, nach links, mal pendeln lassen, ein Ja, 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 Nein, Nein, Nein. Die Hand, die vorne ist, legst du nach hinten und wenn dein Rücken so ein Wippen nach oben unten mag, so ein Bouncen, dann mach das ein paar Mal. Wenn das dein Rücken nicht so gerne mag, bleib einfach in der Mitte hängen. Und dann bitte ich dich, die Hände ans Becken zu bringen, so rechts, links und den Oberkörper auf halbe Höhe anzuheben, Variante Ardha Uttanasana, halbe Vorbeuge. Schieb noch mal die Sitzbeinhöcker mehr nach hinten und die Scheitelkrone zieht nach vorne, du ziehst dir noch mal richtig schön den Rücken lang, breitest die Arme aus wie so Flügel, die Handflächen zeigen nach unten, drückst die Füße gut in den Boden und lässt dich dann mit langem Rücken nach oben kommen. Zum Stehen, den Blick zu den Händen, Finger verschränken, Handflächen nach oben, dehnen und räkel dich, mach dich richtig schön groß, lang und weit und im Ausatmen lass die Arme einfach über die Seite nach unten fließen und komm im Moment an in deinem Tadasana, die Füße sind Hüftgelenkschmal nach vorne ausgerichtet. Lass die Schultern zwei, drei Mal nach vorne rollen, nach hinten, einmal nach oben ziehen, richtig übertreiben und im Ausatmen fallen lassen, gern mit so einem Ton, zweimal mehr, einatmen, weit nach oben ziehen und allen Ballast abwerfen, nochmal weit nach oben ziehen und fallen lassen. Wunderbar, eine kleine Balance noch und dann kommen schon unsere Handgelenksmobilisierungen. Links wird unser Standbein, zieh mal von beiden Füßen nochmal die Zehen nach oben, dann wird auch das Fußgewölbe aktiv, vor allem auch im linken Fuß, einen linken Fuß wieder zum Boden, die Zehen wieder zum Boden und das rechte Knie ziehst du zum Oberkörper ran, greifst du mit den Händen dein rechtes Schienenbein. Such dir gerne einen Tristi-Punkt, einen Fokuspunkt mit den Augen. Ich finde, der Boden ist sehr geeignet, aber man kann natürlich auch einen Punkt an der Wand gegenüber oder man kann auch so nach innen blicken. Und dann greifst du, wenn du das Schienbein gut erreicht hast, die Rückseite vom Oberschenkel, stell dir vor, Außenhüfte rechts, schieb mir nach hinten, während du den rechten Fuß nach vorne schiebst. Wachst mit der Scheitelbrune nach oben und die Sitzbeinhöcker schiebt nach unten. Gegebenenfalls nimm dir die Wand zur Hilfe und dann nochmal holst du dir das Schienbein ran, jetzt bitte nur mit der linken Hand greifen. Linke Hand greift rechtes Schienbein und der rechte Arm zieht nach vorne. Vielleicht bleibst du so oder probierst mal für ein, zwei Atemzüge. Beine, Becken ganz stabil, den Oberkörper und den rechten Arm nach rechts drehen. Super. Zurück zur Mitte. Noch einen Moment. Die Schienbeine, die Schienbeine mit beiden Händen greifen und zum Stehen kommen, nachspüren und jetzt hat das linke Bein richtig gut gearbeitet. Schön. Zweite Seite. Rechts wird unser Standbein. Vielleicht nochmal 10 nach oben ziehen, Fußgewölbe wird aktiv, die vier Wurzelpunkte groß, 10 Ballen, Klein, 10 Ballen, die beiden Punkte auf der Ferse, außen, innen gut spüren und auch die Sitzbeinhöcker nutzen, die ziehen nach unten, Wurzeln ebenfalls nach unten. Und dann holst du dir dein linkes Schienbein. Genau. Sitzbeinhöcker nach unten, Scheitelkrone nach oben mit den Augen, auch einen Wurzelpunkt, ein Tristief finden, Rückseite vom Oberschenkel greifen. Außenhüfte links schiebt nach hinten, während du das Bein streckst und den Fuß nach vorne drückst, wie gegen eine imaginäre Wand. Wie gesagt, es geht auch immer die Möglichkeit, sich einen Wandplatz dann zu suchen und sich mit einer Hand zu unterstützen. Nochmal, du greifst nur mit der rechten Hand das Schienbein und nimmst den linken Arm nach vorne und lässt Beine und Becken ganz stabil und drehst nur den Oberkörper und den linken Arm nach links. Atme ruhig, entspannt, komm zurück zur Mitte, greif nochmal mit beiden Händen das Schienbein und komm in aller Ruhe zum Stehen. Wunderbar. Und das macht doch zumindest ganz klar und wach, auch wenn es nicht immer ganz gelingt. Wir kommen zum Sitzen, also finde so den Anfang deiner Matte, lass dich einmal die Arme über die Seite nach oben ziehen, blick zu den Händen, Arme über die Seite, du kommst in die Vorbeuge, ziehst noch einmal den Rücken lang für die halbe Vorbeuge, vielleicht platziere die Hände auch an den Schienbeinen und komm nochmal bitte in die Vorbeuge. Steig zurück in den nach unten schauenden Hund, ein Bein nach dem anderen zurück, in den Vierfüßler, die Knie zum Boden und dann finde einen Sitz deiner Wahl. Die ersten zwei Übungen könnten auch, eigentlich, ja, die ersten zwei oder drei könnten im Fersensitz sein, da kannst du auch höher sitzen, du kannst gekreuzt sitzen, du kannst erhöht sitzen, du kannst dir vielleicht sogar das Bolster nehmen, es geht uns also jetzt um Handgelenksmobilisierungen, also platziere dich gut, nachher müssen wir einmal gekreuzt sitzen und da kann es angenehm sein, wenn man die Blöcke in der Nähe hat, weil wir da den Unterarm drauf ablegen. Genau, also schau, Sitz deiner Wahl, das erste ist eine Übung, die wahrscheinlich alle von euch kennen, aber einfach ein Klassiker um das ganze Fasziennetz, ich mache auch jetzt mal das runter, dann ist das, wirkt es besser, die Arme weit nach oben richtig aufspreizen und dann machst du sehr dynamisch und schnell dieses Öffnen und Schließen, manchmal möchte der Daumen nicht wirklich mitarbeiten, den mach auch, richtig weit öffnen und schließen, die Schultern entspannt, die Mitte so deiner Körperachse wahrnehmen und wer mag, nur dann, wenn es dich nicht noch mehr erhitzt, kannst du noch ein bisschen das Kapalabatti mit hinzunehmen, also kraftvoll durch die Nase aus, wenn du merkst, ich brauche nicht noch mehr Wärme, dann atmest du einfach ganz klassisch Purna-Atem weiter. und es kann sein, jetzt oder bald, dass das nicht mehr so leicht geht, dann schau, atme dich durch, passiert nichts, es brennt nur ein bisschen, es zieht, vielleicht geht die Bewegung nicht mehr so geschmeidig, das Fasziennetz reagiert, bleib noch ein bisschen dabei, je öfters du es machst, umso besser geht's. Noch für fünf, vier, drei, zwei, eins, gell, schafft Arme absenken, Arme ganz entspannt ablegen auf den Oberschenkeln und nachspüren. Gern die Augen schließen, dort wo es sich jetzt zu spüren ist, wo wahrscheinlich ein Kribbeln wahrzunehmen ist. Eine zweite Übung, die nennt sich Glühbirnen eindrehen, du bringst die Ellbogen so in etwa auf Schulterhöhe und die Hände, die Finger sind tendenziell gestreckt, nur nicht ganz durchgestreckt, sondern so ganz leicht sind sie, als hättest du eine große, große Glühbirne in der Hand und jetzt beginnst du auch wieder sehr dynamisch, sehr schnell nach rechts und links zu bewegen. Genau. Große Glühbirne eindrehen. Und auch das geht auch anfangs noch ganz easy und irgendwann wird es vielleicht langsamer, aber du versuchst, sehr schnell dynamisch zu bleiben und auch die Finger eher gestreckt zu lassen. Atmen. Genau, Schultern sind entspannt, die wollen dann vielleicht so ein bisschen nach oben, hast die Schultern entspannt und bleib dabei. Auch wenn es vielleicht ein bisschen unkoordiniert wird plötzlich. und bleib dabei. Noch für fünf, vier, drei, dynamisch noch mal werden, zwei, eins, und lösen. Nachspüren. Das sind zwei wunderbare Übungen, die man wunderbar einbauen kann, tagsüber. Eine dritte, das nennt sich Hakini Mudra, dann nimmst du einfach die Fingerkuppen zueinander, alle Fingerkuppen so aufeinander, genau, und gibst so leichte Dehnimpulse. Du nimmst so ein bisschen Druck auf die Finger, öffnest die, schließt sie wieder, kannst auch mal in einer Position bleiben und so ganz kleinere, schnellere, dynamischere Dehnimpulse geben. Sei jetzt wieder eher spielerisch, ich gebe dir einfach Ideen, du kannst auch mal die Finger mehr zu dir ziehen. Auch hier so kleine Dehnimpulse geben. Und von dir wegdrehen. Vielleicht auch wieder in der Mitte, vielleicht auch findest du eine Position, wo du sagst, da kommt wirklich viel an, an Dehnimpulsen, vielleicht ist es eher die mittlere oder die ganz offene Position. Schultern entspannt, Atem einfach fließen lassen. Eine letzte Übung, die machen wir jetzt nicht so lang, weil ich euch gerne noch die beiden anderen auf jeden Fall mitgeben möchte, ist ein Zupfen entlang des Handgelenks der Haut. Die Idee bei vielen Übungen, die diese Faszien lösen sollen, ist ja, dass diese Faszien schichten, es geht jetzt im Moment von vier großen Faszien schichten aus, dass die untereinander oft verkleben und die wollen wir wieder beweglich machen. Also fang gerne auf der rechten Seite an. Oben ist es oft leichter als unten rum und du nimmst dir einfach vielleicht so auf der Innenseite oben so eine Hautfalte und zupfst die so ein bisschen, reibst die so gegeneinander, ziehst sie und das kann man auch länger machen, als wir es jetzt hier heute machen und gehst dann weiter, zupfst ein bisschen weiter, nächste Position, so gegeneinander drehen, zupfen, ziehen, so die Haut so ein bisschen wegziehen, genau, nimmst du eine nächste Hautfalte, so gegeneinander schieben, nach vorne, nach hinten, so beweglich machen, du kannst gerne einen anderen Sitz einnehmen, also du setzt dich einfach oder lehn dich gegen die Wand, genau, du musst nicht immer in der gleichen Position sitzen, genau, dann wanderst du noch so nach außen, nimmst du so die Außenseite, auch hier so eine Hautfalte, ziehen, zupfen, drehen und dann auf der Unterseite genauso, da geht es manchmal nicht so leicht, wenn man die Hand so ein bisschen nach innen zieht, dann bildet sich mehr Haut und dann geht es leichter, dann kann man sich da leichter Haut greifen und auch hier. Genau, da wanderst du auch so entlang, da kann man sich, wie gesagt, wenn man die Übung für angenehm empfindet, die ist ja jetzt gar nicht unangenehm, denke ich zumindest, kann man die auch ein bisschen länger machen, die hat aber sehr viel Effekt, und dann beende mal die erste Hand, lege sie einfach kurz ab und spüre mal, wie es sich anfühlt gerade und diese Übungen leben natürlich schon auch von der Wiederholung, dass du sie, wenn du was hast im Handgelenk und sagst, ah, ich sitze eh vielleicht viel am Computer oder ist auch manchmal was im Handgelenk, kann das sehr hilfreich sein. Machen wir die zweite Hand noch, starten wir wieder auf der Innenseite oben, greifst dir so ein Stück Haut, ziehst und zupfst und drehst so ein bisschen gegeneinander, kann natürlich manchmal so ein bisschen ziehen, wie so die Hautschicht so ein bisschen verschieben, nimmst dir nächste Position, genau, nächste Position, kann auch wirklich so Zupfbewegungen machen, das Zupfen ist sehr effektiv aufs Fasziennetz, also so Zupfen, viele Faszien, kann man sich vorstellen, sind, wenn du so eine Orange durchschneidest und da diese Kammern siehst, so schaut auch unser Fasziennetz eigentlich aus, oder Teil, die Faszien sind unterschiedlich gestaltet, kannst du langsam auf die Unterseite wandern und die sind wie so dieses Weiße, das man auch von den Orangen kennt, das ist auch bei unserem Fasziennetz, das Bindegewebe und da sind so kleine Flüssigkeitskammern dazwischen und die sind auch oft so ein bisschen trocken und verklebt und auch durch dieses Zupfen löst sich das wieder und die Flüssigkeitsschichten können sich auch wieder auffüllen und deshalb ist das dann oft auch wieder lebendiger alles, genau, also Zupf noch so ein bisschen und schieb und geh an die Unterseite vom Handgelenk noch entlang, weiß man das richtig so, entlang vom Handgelenk. Okay, und dann allmählich beenden. Und jetzt zeige ich dir mal, wie es ich mache, letztendlich kann man diese Übung am Tisch sitzend den Unterarm auflegen, jetzt haben wir hier natürlich keinen Tisch, wir sind ja auf der Yogamatte und wenn ich es auf der Yogamatte mache, dann lege ich mir einfach zwei Blöcke vielleicht hoch oder quer, so dass ich, wenn wir jetzt mit dem linken Unterarm beginnen und die Füße sind ganz egal, die Beine, wie du das machst, ob du gekreuzt sitzt, ob du höher sitzt, ob du vielleicht auf dem Bolster sitzt und da lege ich mir den linken Unterarm jetzt erstmal so ab, dass die Unterseite nach oben zeigt, das ist die erste Position, das machen wir bei beiden Armen dann noch. Also egal, du kannst auch die Beine ausstrecken und so sitzen, also es ist völlig egal, es geht uns um den Arm, linker Unterarm und dass der Rücken nicht allzu unangenehm rund wird, sagen wir mal so. Gut, wir suchen uns da drei Positionen am linken Unterarm, die Handfläche der Unterarm zeigt nach oben. Der rechte Arm mit der Außenkante hier mit dem Knochen drückt nah neben dem linken Ellbogen einfach gegen den Unterarm und die Hand ist so geöffnet, du hast sozusagen dann die Möglichkeit, legen wir ein bisschen nach vorne, die Möglichkeit, wie so eine Sägebewegung dann zu machen. Also gibst erst mal Druck und dann gibst du so wie so eine Sägebewegung nach vorne, nach hinten mit etwas Druck. Das Ganze ist vielleicht vom Sitzen her dann angenehmer, wenn man es tatsächlich am Tisch macht, da kann man es nämlich gut machen, so ist die Idee auch von dieser Übung, dass du sie am Schreibtisch auch üben kannst. Vielleicht hochkant, dann geht es vielleicht leichter. Genau, so, ja. Ja, genau. Und dann nehmen wir gleich die nächste Position ungefähr in der Mitte vom Arm, Unterseite vom Arm, Handfläche zeigt nach oben, der Knochen, Außenknochen vom rechten Unterarm dient dir wie so als Säge sozusagen, du gibst etwas Druck und dann lass mal diese Sägebewegung dich einstellen, gib Druck und öffne und schließe die linke Faust. Weit öffnen und wieder schließen, der Daumen darf außen bleiben, also eine offene Faust. Auch das kannst du, wenn du es mal wirklich einbeziehst tagsüber, so lange machen, wie es dir gut tut. Und dann nimmst du eine letzte Stelle, eine dritte Stelle, nicht am Handgelenk jetzt, sondern so ein ganz klein wenig überhalb vom Handgelenk und dann legst du wieder deinen rechten Unterarm mit der Außenkante drauf, gibst Druck, gibst eine Sägebewegung, gibst Druck und schließt und öffnest noch ein paar Mal die linke Hand. Okay, das wäre die erste Übung. Kann man so lang und wenig lang machen am Schreibtisch, wie du magst. Die zweite Übung auf der gleichen Seite und dann kommt das Ganze noch auf der anderen Seite. Wir werden den sogenannten Klavierspielermuskel, der oft auch angespannt ist und das Fasziennetz auch verklebt ist dort an dieser Stelle, den siehst du, wenn du einfach mit der Hand mal so Klavierspiel mit den Fingern machst und dann entsteht, dann siehst du hier so ein Muskelarbeiten. Seht ihr den? Ein bisschen zwei, drei Zentimeter unterhalb. Den erreichen wir jetzt und zwar mit dem rechten Ellbogen. Wir drücken in diesen Klavierspielermuskel rein. Du kannst den Unterarm wieder ablegen, du kannst noch mal kurz Klavier spielen, dann siehst du, wo sich der Muskel bewegt und dann drückst du ihn mit dem rechten Ellbogen in diesen Muskel rein und er wundert dich nicht, das kann relativ schmerzhaft sein. Also es ist, wenn es gar nicht sich bemerkbar macht, dann bist du nicht an der richtigen Stelle. Also das zieht, das tut weh. Du kannst dann ein bisschen auch bewegen an diesem Klavierspielermuskel mit dem rechten Ellbogen. Du kannst auch, wenn du merkst, es könnte noch ein bisschen intensiver sein, dann musst du vielleicht die Position vom rechten Ellbogen noch verändern oder auch von der Position. Merkt ihr? Ja. Und dann kannst du auch mit der linken Hand noch mal so ein bisschen Klavier spielen. Genau. Also man kann mit dem rechten Ellbogen auch so kleine Mikrobewegungen in den Muskel hineingeben. Du kannst mit der linken Hand Klavier spielen, du kannst es mal sein lassen, nur Druck geben. auch das von der Intensität und von der Zeit, die du da machen möchtest, wenn du es wirklich mal selber für dich am Computer machst, ist ganz dir überlassen und dann löse für die erste Seite und spüre kurz nach. Genau. Diese Übungen leben davon, wenn man was hat, dass man das häufiger macht. Kommt die andere Seite. Genau. Also Unterarm legst du wieder irgendwie auf die Blöcke so, dass du mit dem linken Unterarm diese Druck- und Art Sägebewegung geben kannst. Unterhalb vom Ellbogen Druck geben, Art Sägebewegung und wenn wir mit den Faszien arbeiten, da geht es nicht so wie in einer klassischen Yoga-Asana, ah so ist jetzt das optimale Alignment, sondern ganz im Gegenteil, du darfst ganz spielerisch so üben, wie du merkst, ah da kommt was an, ah das ist meine Stelle. Dann gibst du noch mal Druck und gehst zur nächsten Position, so in der Mitte ungefähr des Unterarms, des rechten Unterarms. Druck auslösen, Sägeartige Bewegung, Druck geben und dann noch mal die rechte Hand, die Faust öffnen und schließen. und schließlich die letzte Position, nicht direkt am Handgelenk, sondern ein bisschen überhalb vom Handgelenk, mit dem linken Unterarm Druck geben, Sägeartige Bewegung machen, du kannst den Winkel verändern, es verschiebt einfach die Faszienschichten gegeneinander und löst Verklebungen. Druck geben, Hand öffnen, schließen. Wunderbar, rechten Arm umdrehen, Klavierspielermuskel finden, indem du einfach diese Fingerbewegung machst, so zwei Zentimeter in etwa unterhalb vom Ellbogen bewegt sich dieser Muskel sichtbar und dann drückst du so den Ellbogen rein. Wenn es zu intensiv ist, weil bei manchen ist der Muskel sehr verspannt, dann kann man statt dem Ellbogen, könnte man auch einen Stift irgendwie nehmen, dass man also jetzt keinen Spitzenstift, sondern vielleicht irgendwie so einen Marker und da nur sanfter drauf geht, aber man hat ja auch mit dem Ellbogen die Möglichkeit, stärker oder weniger stark, du kannst die Position verändern, bis du wirklich merkst, es ist unangenehm, dann bist du richtig. Und dann darfst du wieder ein bisschen Klavier spielen mit der rechten Hand. Okay. Und lösen. Wie ging es euch mit diesen Übungen? Gut? Ist das was, was man mal so mitnehmen könnte für zu Hause am Computer sitzen oder dann darfst du in die Rückenlage kommen. Es gibt noch ein Schafasana, ja, weil wir uns schon so langsam der Ende der Stunde bewegen. Da werden wir uns noch mit einer progressiven Muskelanspannung und Entspannung ganz wunderbar alles nochmal loslassen. Also finde den vorderen Teil deiner Matte, hab alles bereit, was du dann für dein Schafasana brauchst. vielleicht auch eine Decke oder ein Kissen für unteren Kopf und finde wieder in die Rückenlage. Zieh nochmal die Knie zum Brustkorb ran für Appanasana, lass dich ein bisschen kreisen, schau auf den Wippen. Stell die Füße auf und lass dann die Beine ausgleiten, die Arme neben den Körper. Die Füße dürfen gerne ein bisschen weiter geöffnet sein, die Arme ganz entspannt neben dem Körper und wir werden jetzt einfach Muskelpartien im Körper nacheinander durchspannen und entspannen. Die Entspannung kommt immer mit einem Ausatmen und da kannst du auch gerne durch den geöffneten Mund und es darf auch gerne ein Ton kommen. Manchmal unterstützt es die Entspannung nochmal mehr. Wir starten im rechten Bein, du hebst das rechte Bein ein bisschen an und spannst alles an Muskulatur dort im rechten Bein, auch die Zehen an, alles was du da an Muskeln findest, spann an, heb das Bein ein bisschen ab vom Boden, spann nochmal an und im nächsten Ausatmen alles loslassen. Kommt die linke Seite, linkes Bein, linkes Bein etwas anheben, alles was du dort an Muskulatur, Oberschenkel, Unterschenkel, Zehen, Fuß findest, spann, 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 an, richtig feste, feste, feste anspannen und im nächsten Ausatmen loslassen. Po und Becken anspannen, richtig fest, die Po-Muskulatur zusammenziehen, auch die Bauchdecke anspannen, feste, feste, feste anspannen und beim Ausatmen loslassen. Der rechte Arm, du hebst ihn so ein bisschen, ziehst alles was an Muskulatur ist, feste zusammen, auch die Hände zu Fäusten, ballen, Oberarm anspannen, auch die Schulter so ein bisschen anspannen und beim nächsten Ausatmen fallen lassen. auf der linken Seite, der linke Arm, das gleiche, bisschen abheben vom Boden, feste, feste, feste anspannen und die Faust machen, spann, anspann an und im Ausatmen loslassen. Der Oberkörper, wenn wir so den Brustbereich anspannen, der hebt sich dabei, der wölbt sich so ein bisschen weg vom Boden nach oben und die Schultern ziehen auch so nach oben und innen und auch hier spann, 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 spann an, feste, feste, feste und im Ausatmen wieder alles fallen lassen. Und dann kommt noch das Gesicht, die Gesichtsmuskulatur richtig zusammenkneifen, Zähne zusammenbeißen, alles feste, feste anspannen, Augen zusammenkneifen und im Ausatmen loslassen. Und dann darfst du noch mal beide Arme anspannen, den Oberkörper leicht anheben, die Zunge rausstrecken, und dann nochmal alles anspannen und im Ausatmen alles wieder loslassen zwei, drei ruhige, tiefe Atemzüge wenn noch irgendein Bewegungsimpuls da ist vor Shavasana, dann gib dem gern noch nach und ansonsten finde einfach in deine Position vielleicht magst du dir auch das Polster unter die Knie oder die Oberschenkel legen vielleicht magst du dir ein Kissen unter den Kopf legen dich zudecken heute überziehen wir ein paar Minuten ich bin mir leider der Frau so wichtig auch diese Handgelenksmobilisierung wo wir uns alles hin was es braucht das heißt das ist auch mein сделали der Frau das ist auch meinetwegen das ist auch mein Personal Lass noch mal ganz bewusst in den Boden hineinschmelzen. Und in ihm schwer werden. Dieses Getragensein vom Boden, von der Erde spüren. Und vertrauensvoll alles, was vielleicht noch so ein restlicher, unnötiger Spannung im Körper ist, loslassen. Wenn wir loslassen und auch dieses angenehme Schwerwerden in die Erde hineinspüren, entsteht auch eine zweite Qualität im Körper, nämlich Leichtigkeit. Nimm wahr, wie sich dein Körper auch gleichzeitig angenehm leicht anfühlt. Die Gesichtsmuskeln weich entspannt, der Kiefer entspannt, die Augen, die von ganz entspannt in die Augenhöhlen sinken. Wenn du bemerkst, dass Gedanken dich davontragen möchten, schön, wenn du es wahrnimmst. Aber dann halt diese Gedanken nicht fest, lass sie einfach vorbeiziehen, wie Wolken am Himmel vorbeiziehen. Wie ein Fluss, der vorbeifließt. Und du lässt auch den Atem los. Du kontrollierst den Atem jetzt nicht mehr. Du nimmst einfach wahr, wie dein natürlicher Atem ein- und ausströmt. Und dieses Zeuginnen, dieses Zeugenbewusstsein, der Teil in dir, der wahrnimmt, wer da atmet. Vielleicht darf sogar in einem Moment dieses schöne Gefühl entstehen, wie geatmet zu werden. Atem sein. Ein- und ausdrücklich. Vielen Dank. 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 Aum... 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 Namaste... Namaste... ... 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